Ist hier jemand? Ist hier jemand? Mama? Als ich in die Wohnung kam vorhin, fiel mir ein, wie ich euch als Kind immer zugehört hab, wenn ihr miteinander geschlafen habt. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ihr euch liebt und dass wir für immer zusammenbleiben. Aber was ist denn? Was ist los? It's okay. No, it's not okay. Was ist eigentlich los? Du wirst doch wohl auf deine alten Tage nicht an deinem Image rütteln. Na, ich werd mich hüten. Was ist denn mein Image? Du bist ein Monster manchmal. Sag mal, was ist denn los? Bist du verrückt geworden? Bitte setz dich. Ich will mich aber nicht hinsetzen. Was geht dir eigentlich vor? Was ist denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020